Ich lerne Deutsch. Nummer 2310 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Schwimmreifen sieht komisch aus, ist aber nicht für mich, sondern für meine kleine Tochter. Wenn du morgen Überstunden machst, dann brauchst du Freitag nicht zu arbeiten. Wenn du morgen Überstunden machst, dann brauchst du Freitag nicht zu arbeiten. Ich halte den Lärm nicht mehr aus. Das muss sofort aufhören. Ich halte den Lärm nicht mehr aus. Das muss sofort aufhören. Von dieser Farbe rate ich ihr ab. Daraufhin wählt Bettina eine andere Farbe. Von dieser Farbe rate ich ihr ab. Daraufhin wählt Bettina eine andere Farbe. Ich bringe Pizza für acht Personen. Der Weg zu meinen Kunden ist nicht weit. Versuche, so hoch wie möglich zu springen. Versuche, so hoch wie möglich zu springen. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Hast du das schon gesehen? Es könnte dir gefallen. Hast du das schon gesehen? Es könnte dir gefallen. Du brauchst nicht mehr lange zu warten. Wir sind mit der Besprechung gleich fertig. Du brauchst nicht mehr lange zu warten. Wir sind mit der Besprechung gleich fertig. Du brauchst nicht mehr lange zu warten. Du brauchst nicht mehr lange zu warten. Wir sind mit der Besprechung gleich fertig. Wir nehmen ein Taxi, damit wir sicher nach Hause zurückkehren. Wir nehmen ein Taxi, damit wir sicher nach Hause zurückkehren. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mit Hilfe dieses Geräts kann man die Stärke der Brillengläser ganz schnell wechseln. Mit Hilfe dieses Geräts kann man die Stärke der Brillengläser ganz schnell wechseln. Mit Hilfe dieses Geräts kann man die Stärke der Brillengläser ganz schnell wechseln. Ich wurde aus über 100 Bewerbern ausgewählt. Ich habe die Hauptrolle bekommen. Hallo liebe Freunde meines Kanals. Seit gestern gibt es an der Frankfurter Börse eine neue Aktie. Hallo liebe Freunde meines Kanals. Seit gestern gibt es an der Frankfurter Börse eine neue Aktie. Rosi freut sich über ihren Erfolg und die guten Ergebnisse ihrer Arbeit. Ich habe nicht daran gedacht. Es ist mir völlig entfallen. Ich habe nicht daran gedacht. Es ist mir völlig entfallen. Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich habe alle meine Einkäufe erledigt. Ich habe alle meine Einkäufe erledigt. Du kannst mich jetzt abholen. Ich warte auf dem Parkplatz auf dich. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Die Hitze macht mich fertig. Ich bin völlig erschöpft. Die Hitze macht mich fertig. Ich bin völlig erschöpft. Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Ein Schaufensterbummel mit Maria ist meistens teuer. Ein Schaufensterbummel mit Maria ist meistens teuer. Sie findet immer etwas, das ihr gefällt. Ich habe eine große Auswahl an Halsketten und trage gerne mehrere davon gleichzeitig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns das, das ihr gefällt. Untertitelung des ZDF, 2020